. 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 Ich habe bei Nuri gesehen, dass er in seinem defensiven Mehlfeld ein bisschen Geschwindigkeitsnachteile hat. Weil er sich auch selber auf mich hat. Von daher habe ich natürlich mein Hauptaugenmerk auf die Offensive gelegt. Cool finde ich ja, dass man Legenden nehmen kann. Ich habe jetzt zwei Legenden in meiner ersten Elf mit Maldini und Pelé. Und ja, voll auf Sieg. Sieg! Mein Gott, ey! Cristiano Ronaldo! Da ist er doch, Mann! Für Sie! Ich schlage Marco mit seinen eigenen Waffen, weil ich habe ihn selber genommen. Aber schön gespielt, ne? Dieses Kurzfallspiel und dann aber auch schnell nach vorne spielen, ist ja so ein bisschen das Spiel, was ich auch favorisiere. Und das versuche ich dann auch auf der Kudel auf den Platz zu bringen. Normalerweise sind Ilka und Marco gut, aber Nuri ist nicht so gut. Also, ich wünsche mir, dass ich mit Nuri in der 7-Final war. Wir sehen uns. Offside! Ja! 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 Let's go! Na ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Das ist ein Tor! Oh mein Gott! Das ist so lächerlich! Mein Gott, ey! Das ist so lächerlich! Mann! Da bin ich wieder! Das gibt's nicht! Ja! Das gibt's nicht! Das ist 3-0 aufgeholt, Mann! Oh mein Gott! Das ist doch mein Tor, Alter! Ja! Da ist er! So ein schlechtes Tor, ehrlich! Das gibt's nicht, ey! Oh, nix! Oh, nix! Wenn's noch fünf Minuten länger gehen würde, würde ich glaube ich das 4-4 noch machen. Ich hab ja ein 4-0 fast aufgeholt. Aber ich denke, Musi ist der verdiente Sieg. Ja! Ja, das war gut. Die Platz waren gut, aber ich war ein bisschen besser. Das war gut! Ja, ich weiß nicht! Ich habe ja noch mal wieder. Das war gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020